Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal am Oslo 50c. Heute will ich euch wieder eine Map, die von mir gebaut wurde zeigen. Die Map heißt Minecraft Ores. Hier sind die Command-Lücke und ich würde sagen, die Start-Meisen. So. Wie man sieht, wird mein YouTube-Kanal verlinkt. So. Und ich krieg eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke namens Slimy Pickaxe. Und das ist halt das Spiel. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, die Spitzhacke glänzt. Aber da ist nur Effizienz Null drauf. Also nützt das nichts. So. Ich mach jetzt mal 64. Steig. Und dann kann ich euch das nächste zeigen. Übrigens, die Spitzhacke ist auch unzerstörbar. Also ihr könnt die nie zerstören. Na, außer in Lava schmeißen. Aber hier gibt es keine Lava. Die Map gibt es auch zum Download. Ich werde den Download-Link unter in den Videobeschreibungen machen. Oh. 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 Ich hoffe ihr habt sehr viel Spaß damit. Oh. Oh. Das dauert wirklich länger als ich gedacht hatte. Das ich das 64 Copystone meinen. Das ich das 64 Copystone meine. Oh. 50. Oh. Oh. Und jetzt nur noch die Braum. Also das dauert wirklich länger als ich gedacht hatte. So. Und jetzt. So. So. Jetzt hab ich einen Punkt bekommen. Und jetzt gehe ich erst mal zum Pick-Exit-Shop. Ich bin zwar kein Shop. Und ich kaufe mir erst mal eine Steinsspielstrecke. Jetzt auch wieder Effizienz Null. Und ich kaufe mir erst mal eine Steinsspielstrecke. So. Stein ist halt schneller als heute. Es gibt eine Eisensspielstrecke. Und. Es gibt auch eine Diamantsspielstrecke. Die aber 30 Punkte kostet. Und. Man kann auch schon. Falls man nicht genug Copystone hat. Und man einfach auf dem Schild recht klickt. Dann. Muss man Copystone nachbetreien. Aber die. Und das was man. Noch nicht so hat. Das muss man dann. Nach. Einfach. Man kriegt das dann. Als man dann fährt. Mal. die ist. Und es gibt auch Eisen. Das passiert halt nach ein paar Minuten. Na. Nach fünf Minuten ungefähr wird. Die ganze MAP-Mare gesetet. also alles von vorn. Und man kann dieses Eisen auch noch schmetzeln. Nein, man braucht keine. Einfach nur reinlegen. Das Eisen anziehen und reinlegen in den Ofen und dann wird es ein Eisenwaren. Und dann 10 Eisenwaren ergibt halt einen Punkt. So, wieder Eisen. Es gibt auch Diamanten und die bringen halt dann, ich glaube, pro Diamant um die ein Punkt. Ja, ein Punkt pro. Und man braucht natürlich auch eine Eisenspitze, braucht man erstmal, dass man überhaupt Diamanten den abbauen kann. So. So. Es gibt auch noch einen Hauptplot. Also man kann sein, einen aufbauen. Das zeige ich euch auch gleich. Und man kann halt auch, man braucht dafür aber einen Scorepunkt. Man kann auch die Miene resetten. Also man muss da nicht warten. Einfach mal, wo es einfach in den Netzwerk eingehen. Slash Trigger Reset Set 1. Und jetzt habe ich 0 Punkte. Das hat sich in dem Fall gelohnt, weil hier sehr viel Eisen ist. Na, manchmal lohnt es nicht. So. Ich will nur nochmal zeigen, dass... Egal. Ich will nur nochmal zeigen, dass... Egal. Und man kann auch nicht werden. So. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Punkte, dass ich euch noch den Rest zeigen kann, weil das sehr lange dauern kann. So. Ich gebe mir mal 100 Punkte. So. Jetzt habe ich 100 Punkte. Und es gibt auch einen Kreativ-Schock, den Big-Ex-Schock. Da kann man sich dann halt eine Eisenspitze geben. Eine Eisenspitze auch mit Effizienz-Schock. Geht halt ein bisschen schneller im Abbau. Ist auch unverstaubt. Und man kann sich halt auch eine Diamantspitze kaufen. Für 30. Die ist halt sehr, sehr schnell. Aber man braucht sehr lange, bis man die bekommt. So. Und man kann halt für... Es gibt auch ein Hausplot. Da. So. Und man muss einfach nur die Schilder immer platzieren, auch die Schilder drücken. Und dann... benutzt man die Schilder. Das sind spezielle Schilder, die mit Command platzieren. Und... man kann auch zurückzunehmen. Aber erstmal geht's zum Haus. Schaut. Man kann hier dann... ein bisschen... Man kann hier dann halt ein Haus bauen. Aber... Man fragt sich wahrscheinlich... wo... Aber wo bekommt man die Dinge? Die bekommt man halt in der Kreativ-Shop. Der Kreativ-Shop kostet 10 Punkte. so. Und... Ich hab dran gedacht... Man kann sich nicht... bewegen. Egal in welchem Modus man ist. Man kommt nicht weg. Man kann auch nicht fallen. Na... Man... ich hab das gemacht, dass man dann nicht... die ganze Map zerstört. So. Und hier kann man... unendlich... Dinge holen. so. Und... man kann sich natürlich auch Diamant zurückholen und sowas. das reicht schon. Hier. Und sobald man irgendein Werkzeug in der Hand nimmt, kriegt man gleich Effizienz-Fünfte raus. So. Ich könnte mir nochmal... eine... Diamantschlaufe holen. Das war's eigentlich schon von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und... bis zum... nächsten Video. Und... bis zum nächsten Video. Tschüss. Bevor ich das vergesse... man kann auch... die Map-Rufe halten. Dann ist halt... alles weg... außer... das, was man gebaut hat. das muss man dann per Hand weg machen. Die Items, die man hatte und sind auch was... und das war's. Jetzt aber... das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Und das war's. Die Meinung sind wir nicht.